Aber ich meine gerade von Trotzki, ich sagte das ja schon einmal, ging doch aus für Sie so etwas wie die Bewegung hin zum Prozess des Schreibens an der Ästhetik des Widerstands. Ich sagte ja, im Fluchtpunkt gibt es so ein paar Berührungspunkte, aber ich meine dann im Trotzki doch sehr deutlich die Position gefunden zu haben, ja das Bewusstsein über einen politischen Weg, der eindeutig sein sollte, um wirksam zu sein, aber der selten eindeutig sein konnte und kaum eindeutig war dann in der Geschichte. Und das ist doch im Grunde die Ästhetik des Widerstands. Das ist das Thema. Und auch die Welt der vielen Gestalten, das Universum um den revolutionären Denker herum, die auftauchenden Figuren, die ständigen Widersprüche und Auseinandersetzungen und Feindseligkeiten. Das ist die Welt, die dann in der Ästhetik zur Sprache kommt wieder. Woraus, wie und wohin entwickelten sich denn diese Gedanken, die dann zur Ästhetik des Widerstands führten? Wie fing das Ganze an, als es sich zum ersten Mal bei Ihnen bewusst machte, dass dieses Thema zu einem Buch führen würde? Wahrscheinlich aus erstmal der Grundfrage, über die wir ja vorhin auch gesprochen haben, nämlich, wie ist das denn, kann man als Schreiber sich da irgendwo an einen Schreibtisch zurückziehen und da nur immer reflektieren und sich äußern zu bestimmten Dingen, an denen man eigentlich doch vorbeigeht, indem man nicht direkt körperlich daran teilnimmt. Dieser Konflikt war wahrscheinlich einer der Anlässe, sich mal zu untersuchen, wie das denn ist für einen Menschen, der tatsächlich in dem Kampf steht, also materiell in dem Kampf steht und nicht nur als Reflektierender. Natürlich sind das jetzt dann Erfahrungen, die sich während der ganzen 60er Jahre herangebildet haben in den direkten Kontakten mit kämpfenden Menschen, die eben entweder auf den Barrikaden stehen oder in Befreiungskriegen stehen und über die ich schon geschrieben hatte, revolutionäre Taktiker oder Theoretiker und jetzt der Versuch, diese ganzen Dinge, die ich durchformuliert hatte und zu denen ich Stellung ergriffen hatte, jetzt mir noch näher heranzuziehen an den eigenen Leib und meine eigene Vergangenheit, meine eigenen Erfahrungen, meine Erlebnisse etwas zu verrücken in die Dimension des Direktteilnehmenden. Das ist natürlich, man kann sagen, das ist eine Konstruktion, aber gleichzeitig ist es auch keine Konstruktion, denn erlebt hatte ich das alles. Ich hatte es nur nicht erlebt als Mensch, der nun in den Konstellationslagern saß oder der direkt im illegalen Kampf saß, sondern als einer, der das alles mit angesehen hatte und erlebt hatte und viele von diesen Menschen getroffen hatte und sich immer mit diesen Sachen auseinandergesetzt hatte und zu erleben, wie nah einem das alles ist. Man braucht nur in die nächste Ecke zu gehen oder in ein anderes Zimmer zu gehen und man kann schon auf diese Gefahren, diese ständigen Bedrohungen ganz konkret stoßen. Und wir sind diesen Gefahren ja auch stündlich ausgesetzt. Also das sind wohl so Gedanken gewesen, die diesen Mechanismus in Gang gesetzt haben. Und dann die große Frage, was ist denn eigentlich geschehen während dieser Jahre? Auf welche Weise hat man gekämpft? Was hat man getan, um zu versuchen, um zu einem Ergebnis zu gelangen, das einmal aus dieser Hölle herausführen könnte? Und da wollte ich zuerst überhaupt nur schildern, den reinen antifaschistischen Widerstand. Ich hatte an den ersten Titeln, der war nur der Widerstand und sollte umfassen den Kampf der Antifaschisten während der Kriegsjahre. Dann während der Arbeit an diesem Thema wuchs das ganz schnell, verzweigte sich und wurde größer und größer. Und eigentlich der zündende Anlass zum Buch war beim Besuch in Berlin eine Wiederbegegnung mit dem Pergamon-Altar, wo also vor diesem Fries, genau wie es im Buch geschildert wird, auch eigentlich das Initialerlebnis zu dem ganzen Buch entstand. Der ewige Klassenkampf, nicht die, die oben sind, die, die unten sind. Das ständige Gewühl zwischen den Kräften, die ringen um eine Befreiung. Und das verzweigte sich eben auf Kämpfe in allen Zeiten der Welt. Das ist ja übrigens ein Keim, der schon im Fluchtpunkt auch drinsteht mit diesem Pergamon-Fries. Ist schon da drin, ja. Das war so der unmittelbare Anlass. Und dann während der Arbeit zeigte es sich dann, dass eben für mich in meinem persönlichen Leben, meine Erfahrungen eben es nicht immer nur um die politische Veränderung ging, sondern eben ständig um den Kampf, den kulturellen Kampf ging. Ich suche Ausdrucksmittel, ich suche nach Dingen, mit denen ich mich identifizieren kann und die mir für meinen eigenen geistigen Werdegang Material geben. Und so ist es vielen Menschen ständig gegangen, mit denen ich auch immer wieder in Berührung komme. Nicht, dass sie suchen gleichzeitig nach etwas, was ihnen als Mensch Werte gibt, die sie nicht nur in den politischen Organisationen finden, sondern die also viel weiter gehen und die eben mit dem Erlebnis der Kultur, ob das nun Kunst, Literatur ist, zusammenhängen. Es ist aber ja eigentlich kein Buch der Identifikation, obwohl von sehr vielen Identifikationen dort die Rede ist, sondern es ist, wenn ich das richtig beurteile, ja ein Buch der Offenheit, das Sozialismus als einen offenen Prozess, der immer vorwärts getrieben werden muss, und zwar diskursiv, darstellt, haben sie diese Entwicklung, die ja in dem Buch, in den drei Bänden, in der Abfolge, sich ja selbst realisiert. Sie haben ja das in den Notizbüchern mal gesagt, dass der erste Band die Orientierung ist, der Band der Orientierung, die Zeit der Orientierung, die Eroberung der Ausdrucksmittel, also der künstlerischen, der sprachlichen Ausdrucksmittel, dieser Wunschfigur, die dort der Ich-Erzähler ist, dass der zweite Band dann die Ästhetik als Werkzeug der Erkenntnis einsetzt und den Erzähler dann in den Prozess seiner Individuation als Schreiber und als politische Figur setzt und dass der dritte Band dann, wie Sie schreiben, der Blick wendet sich von dieser Ästhetik aus den Geschehnissen zu. Die Umsetzung ist und eigentlich auch so etwas wie Rückzug des Erzählers und Darstellung gleichsam ein neuer Pergamon-Fries in der Prosa. Für mich ist ja auch während des Schreibens ständig jeden Tag das Bewusstsein der Welt um mich herum vorhanden gewesen und ich habe ja auch ständig immer wieder in meinem täglichen Leben Abzweigungen eingeschlagen, in dem ich dann mich beteiligt habe an irgendwelchen direkten Aufgaben, ob das nun die Frage Vietnams ist oder afrikanische, lateinamerikanische Problematik, die ja ständig hinzukommt. Das Gefühl, dass wir, was ich also längst eben nicht mehr hatte, dass ich in meiner Kammer lebe, sondern dass ich in einer Welt stehe, die unaufhörlich auf mich eindringt und mich zwingt, neue Stellungen zu ergreifen und hier und da zu reflektieren und daran teilzunehmen. Das ist um das Buch herum, im Außen, in meinem täglichen Dasein als Schreiber, während das direkt überführt wird auf die Situation dieser fiktiven Ich-Figur, die ja auch ständig diesem Andrang ausgesetzt ist. Andrang von Figuren, von Geschehnissen, von Auseinandersetzungen, von furchtbaren Schäden und Gefahren. Und diese beiden Welten, also die eingekapselte Welt und die größere Welt drumherum, die unsere tägliche Welt ist, das wird geschildert. Und das versuche ich durch diese Vielfalt der Ereignisse zusammenzudrängen als ein ständiger Zwang, der auf die Ich-Figur einwirkt. Und sie muss also ständig sich umsehen und versuchen, da herauszufinden, was nun eigentlich darum herum geschieht. Und muss sich gleichzeitig selbst mehr und mehr suchen und eine eigene Ausdrucksform finden. Es wird ja auch ständig die Frage gestellt, wie kann ich das ausdrücken. Also das ist, glaube ich, so eine zentrale Frage, die durchs ganze Buch geht, die jetzt also eigentlich eine Frage ist, die ich vor vielen Jahren hatte. Ja, nicht mehr im dritten Band. Nicht mehr im dritten Band. Nicht mehr im dritten Band, nein, aber in beiden ersten Bänden kommt es immer wieder vor. Bis also der letzte Band aus diesen Erfahrungen heraus direkt erarbeitet. Und da sind eben die Erfahrungen von solchen Dimensionen und teilweise auch von solch fürchterlicher Art, dass der Ich-Erzähler da mehr und mehr zurücktritt und wieder ganz anonym wird, was er ja von Anfang an gewesen ist. Wenn ich es recht begreife, verstehen Sie doch diese Darstellung der Zeit von, sagen wir, 1930 bis 1945 nicht als eine abgeschlossene Phase, sondern gerade durch die Ästhetik des Widerstands als einen beispielhaften Geschichtsvollzug, der sich täglich oder jährlich wiederholt. Es ist sozusagen eine manifest gewordene Geschichte der Klassenkämpfer, die auch heute noch stattfindet. Ja, und deshalb eben auch das große Konditionalkapitel zum Ende, wo beim Augenblick des Kriegsschlusses die Perspektive gezogen wird, jetzt im Rückblick auf die damalige Zeit, was hat man damals für Illusionen gehabt, wie hat man sich damals die Entwicklung vorgestellt und was kommt darauf? Die Erfahrungen des Erzählers von heute werden also umgesetzt in Erfahrungen des damals Suchenden und auf diese Weise wird der Blickwinkel direkt auf die Gegenwart gelegt, obgleich das Ganze innerhalb dieser geschlossenen Zeitperiode bleibt. Es ist ja kein positives Ende, es ist ja kein Roman mit einem positiven Schluss. Nein, weil wir eben nicht in einem positiven Zustand leben. Und ich versuchte die Wurzeln aufzuzeigen, alles dessen, das sich heute abspielte um uns herum. Was im Konditional steht, also die Utopie auf eine Besserung, geht aber nicht aus dem gesamten Prozess des Romans hervor. Nein, außer den immer wieder zur Sprache gebrachten Gedanken, dass es eben nur mit einer Einheit, mit einer gegenseitigen Verständigung geht und dieser Gedanke der Einheit und der Gedanke des sich Zusammenschließens großer Massen und großer Menschenmengen, Bevölkerungsmengen, die ja heute von allerhöchster Aktualität ist. Und deshalb wird dieses Thema auch immer wieder angerührt. Warum ist es missglückt? Weil wir uns befehdeten, anstand uns miteinander zu verständigen, weil es uns nicht geglückt war, eine einheitliche Front zu schaffen gegen die Gefahr, die damals die größte war. Deshalb ist es nicht gelungen. Und deshalb war das Ende des Krieges kein Sieg für eine positive Entwicklung, sondern nur der Anfang von einer neuen, verheerenden Entwicklung. Eigentlich ist es doch so, dass die Entwicklung noch schlechter geworden ist, dass die Welt sich noch weiter auseinander dividiert hat und dass auch die Geschichte der Klassenkämpfe schrecklicher oder auch innerhalb des Sozialismus noch schlimmer geworden ist. Die Bedrohung, die heute über uns hängt mit der Neutronenbombe und den Atom- und Wasserstoffbomben, ist natürlich rein im Ausmaß gesehen noch viel furchtbarer als die Bedrohung vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Also diese Gefahren sind so groß und sie werden wiederum nicht genügend bekämpft, weil eben diese Einheit gegen diese Gefahren nicht vorhanden ist. Dass sich diejenigen, die also gegen diese destruktive Entwicklung sind, dass sich die untereinander, miteinander zerreiben, anstatt dass sie zu der Einigung gefunden haben. Aber das ist klar, da darf man dann auch nicht in diesen Fatalismus kommen, der ja auch heute wieder, ich glaube wir haben auch anfangs mal darüber gesprochen, vorherrschend ist, dass die meisten Menschen heute in einem noch größeren Maß sagen, wir sind Gewalten ausgesetzt, die so ungeheuer sind, dass wir sowieso nicht dagegen ankommen und wir können eigentlich nichts anderes tun, als an einen Untergang glauben und die Welt geht sowieso unter und es wird also zu einem verheerenden Vernichtungskrieg kommen, die ganze Erde wird zerstört werden, aber das sind ja doch keine Perspektiven, die irgendeine Arbeit am Leben halten können. Obwohl die Gesellschaften meines Wissens ja doch so leben, die nach dem Stichwort Apres Nulles de Luz, nach uns die Sintflut. Aber es könnte ja ein Vorwurf nun gegen dieses Buch sein, dass Kunst und Politik so unmittelbar verbindet, künstlerische und politische Position, was noch realistisch, was noch real sei an einem solchen Konzept von Kunst und Politik, wenn das von einem tatsächlichen Konzept im Westen Kunst-Stadt-Politik konfrontiert wird und im Osten. Es ist ein möglicher Einwand. Aber dieser Einwand ist auch sehr begrenzt, denn es geht ja doch darum, wenn wir uns versuchen vorzustellen, was könnte sich ändern, dann liegt das also schon in den pädagogischen Bezirken, auf den Gebieten des Aufwachsens der Menschen. Mit was für Gütern, mit was für Vorstellungen kommen sie in Berührung, wie können sie sich entwickeln, auf welche Weise können sie ihr Denken, befreien, wie können sie dazu kommen, dass sie sich selbstbewusst sind, dass sie eingreifen können, dass sie irgendetwas besitzen, dass sie Werte besitzen. Und nur diese Menschen, die also so weit gekommen sind, dass sie im Besitz dieser kulturellen Güter, nennen wir es mal, das ist ja ein abgegriffener Begriff, aber man kann es noch so zusammenfassen, nicht? Weil die Güter, die uns befähigen, Ausdruck zu geben, unsere Situation, nur wenn man im Besitz dieser Dinge ist, kann man dann auch eingreifen und kann etwas verändern. Und deshalb immer wieder, dass du musst lesen, du musst dich bilden, du musst dich auseinandersetzen mit den Dingen, die auf dich zukommen, du musst Stellung ergreifen, du darfst nicht sitzen und nur alles auf dich zukommen lassen und darfst nicht dich vor allen Dingen also hingeben, den Gedanken, dass Mächte über dir sind, dir doch alles bestimmen. Also das sind so Grundgedanken, du musst davon weg und deshalb immer wieder das Thema, wo, zu welchen Zeiten haben Menschen sich gegen unübersteigbare Widerstände hinweggesetzt, nicht? Wohl die frühen Sklavenaufstände, nicht? Ob das zur Zeit des Pergamon-Frieses war oder ob das zur Zeit der russischen Revolution oder der französischen Revolution oder der Revolution 1918 in Deutschland war. Immer wieder kommt es auf, dieser Trieb, dass Menschen da sind, die sich zur Wehr setzen und das ist das, was ständig auch in der ganzen Welt heute vor sich geht. Es ist, die lateinamerikanischen Länder sind heute das Beispiel davon, von Diktaturen, die scheinbar alles unmöglich machen, was Veränderung will und trotzdem sind die Gefängnisse überfüllt von Menschen, die Menschen werden gefoltert, sie nehmen die Folter auf sich, sie gehen in die Berge, sie kämpfen gegen Unterdrücker und gegen Mächte, weil es eine menschliche Kraft ist, die im Grunde genommen diesen merkwürdigen Prinzip Hoffnung Folge leistet, nicht? Und es ist ja auch nicht so, ohnehin, dass Sartre in seinem letzten Interview, das er gegeben hat, ganz kurz vor seinem Tod, eben von diesem merkwürdigen Prinzip gesprochen hat, von einer absurden Hoffnung, die ganz tief im Menschen liegt und die ihn immer wieder dazu treibt, diese Situation, in der er gefangen ist, zu verändern wollen. Könnte dann die Ästhetik des Widerstands so etwas sein wie ein Lehrbuch zur Sensibilisierung und ja auch zur Positionierung? Sicher für viele, jedenfalls kann es Anstöße geben für viele Menschen, das habe ich auch gemerkt aus Briefen, Erwiderungen, die ich bekommen habe, dass sehr viele Menschen nachvollziehen können, was hier versucht wird, dass viele sich in ähnlichen Prozessen befinden und ich glaube, das ist doch recht wichtig, auch für den Schreiber, dass er spürt, man ist in einem Zusammenhang, die Problematik, die hier aufgeworfen wird, läuft weiter und es gibt sehr viele Menschen, die sich mit ähnlichen Problemen heute beschäftigen. Natürlich sind es Menschen, die, und das ist vielleicht ein Nachteil, die also doch schon recht viel Bildung voraussetzen und recht viel Kenntnisse voraussetzen und vor allen Dingen eine Mentalität voraussetzen, nicht nämlich die Mentalität, dass man sich nicht begnügt mit dem Fertigen, dass sie sich nicht abfinden mit den Gegebenheiten, sondern, dass sie selber etwas schaffen wollen, was noch nicht vorhanden ist. Denn im Grunde genommen hat sich die Situation, in der sich der Ich-Erzähler befindet, auch nicht grundlegend, nicht sehr geändert. Es wachsen genauso viele junge Menschen heute wieder so ähnlich heran. Ja, ja. Es ist natürlich, als ich das sagte, mit dem Lehrbuch zur Sensibilisierung, das ist natürlich auch ein großes Problem, dass das Buch ja nicht leicht zu lesen ist. Es ist ja ein Monument, es sind fast tausend Seiten und man muss sich schon ganz gehörig hineinknien. Insofern ist die Frage, haben Sie überhaupt eine Wirkung damit beabsichtigt oder war es doch im Wesentlichen auch, ich will jetzt nicht das alte Wort aufgreifen von der Wunschbiografie, ich glaube, das stimmt nicht, aber war es nicht im Wesentlichen und ist es nicht, vor allen Dingen, dieses Buch, auch Zeugnis wiederum der eigenen Selbstverständigung? Ohne den Blick auf das Publikum geschrieben auch. Ich glaube, es ist schwer, sich mit den Beweggründen auseinanderzusetzen, die einem zum Schreiben bringen, nicht? Denn das ist so ein komplizierter Prozess und Selbstverständigung ist natürlich drin, aber es ist gleichzeitig ja auch eine Einstellung ergreifend zu ganz großen historischen Ereignissen, nicht? Der Versuch zu schildern, wie man in den Ereignissen steht, wie man unendlich viele Dinge, die um einen herum passieren, ständig auf sich wirken lässt und welche, wie man darauf reagiert, nicht? Und was man selbst, was man selbst für eine Haltung einnimmt in dieser Vielfalt, nicht? Es ist ja, jedes Stück ist ja, schon zusammengedrängt aus ganz vielen Themen, nicht? Und deshalb wird auch diese großen Blöcke sind ja auch ganz bewusst als Stilprinzip eingesetzt, um zu zeigen, wie dicht, wie ungeheuer dicht alles ist und wie unmöglich es ist, da herauszukommen, nicht? Es ist nichts Fragmentarisches drin, es bleibt dem Ich kein Ausweg, sich irgendwo hin zu flüchten, sondern man steht ständig mitten im Gedränge der Ereignisse und der Fragen und der Probleme und so ist es, so erlebe ich es in meinem Leben und in der Beziehung ist es ein Selbstporträt, nicht? Denn so ist, so ist das Leben, das mir widerfährt und wahrscheinlich vielen anderen auch widerfährt. Wir stehen, wenn wir ganz ehrlich sind, stehen wir mitten in einem ungeheuerlichen Gedränge von Forderungen. Eine der Hauptfiguren, Hintergrundfiguren, irgendjemand hat mal geschrieben, vielleicht der Nestor, der Ästhetik des Widerstands, ist der Psychologe Max Hodern. Ich sprach ja schon einmal ganz eingangs unseres Gesprächs davon, in der ganzen Ästhetik des Widerstands ist ja keine Psychologisierung da. Warum nicht? Weil es doch gerade in den Argumenten von Hodern taucht ja immer wieder das Verständnis auf, gerade er vertritt ja die Offenheit als Prinzip, das Humanistische im Sozialismus, das Menschliche. Und die Psychologisierung der Figuren würde ja doch eine größere Erklärungsebene einziehen in das gesamte Geflecht dieser Prosa. Warum haben Sie das nicht gemacht? Vielleicht um die Wucht des Faktischen da drin nicht zu unterminieren durch verständnisheischende Erklärungen von politischen Verhaltensweisen? Nun war Joao dann auch tatsächlich eine Art von Mentor für mich. Es war der Mensch, der sich meiner angenommen hatte hier in den schweren Immigrationsjahren in Stockholm. Eigentlich derjenige, der mir auch im Buch als Figur am nächsten steht, den ich aus eigenen Erlebnissen heraus sehr gut schildern kann, weil ich ihn in diesen Situationen ständig erlebt habe. Und der auch gerade mir gezeigt hat, dass trotz seiner verheerenden Krankheit und trotz seiner schwierigen Lebensverhältnisse er immer offen war für die Fragen und die Probleme anderer, sehr ständig geholfen hat, obgleich er sich selbst kaum helfen konnte. Es war ein ganz großer Mensch, ich wollte ihm auch ein Denkmal setzen. Vor allen Dingen, weil Hoh dann ja auch nicht zuletzt von der Geschichtsschreibung der sozialistischen Länder, vor allen Dingen der DDR, sehr schlecht wegkommt und er wird da geschildert als der Überläufer, der Verräter, was er ja gar nicht war. Und das wollte ich auch zurechtrücken, das war mir sehr wichtig, dass ich diesen Menschen, der für mich eine ganz große Kraft hatte und eine Würde hatte, nicht, dass dieser Mensch auch da steht als eine zentrale Figur in dem ganzen Buch. Aber dennoch nochmal jetzt die Frage, warum keine Psychologisierung? Ich habe eine Klick-Erklärung für mich zu geben versucht, aber ich weiß, Ich glaube, das hat sich auch aus dem Stil ergeben. Es ist ja der ganze Stil, der episch ist oder sagen wir mal ein Stil, der eine Totalität umfassen will, für den gibt es keinen Raum für psychologische Verfeinerung. die sind also unterschwellig, würde ich mal sagen. Man spürt natürlich bei Hodan in den Schilderungen schon, welchen Dingen er ausgesetzt ist und was für Schwierigkeiten er hat in seiner Familie, in seiner politischen Einstellung mit seinen Genossen und in seiner ganzen Situation als Arzt, der hier seinen Beruf nicht ausüben konnte. Alle diese Dinge, die liegen natürlich drunter und stellen schon Fragen an den Lesern, in was für einer psychischen Verfassung hat sich dieser Mensch befunden. Auch eine Figur wie der Funk, der ja identisch ist mit Wenner, den ich auch versuche darzustellen als einen aufrechten Kämpfer, einen Antifaschisten, der auch ungerecht behandelt wurde von seinen früheren Genossen, die ihn ja auch teilweise verleumdet haben und ihm jedenfalls Dinge zugeschrieben haben, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das war mir auch wichtig, bei ihm zu schildern, diese Schwierigkeiten von einem politischen Aktivisten, der gezwungen ist, sich im Untergrund zu verstecken und der auch unter ganz unerträglichen Verhältnissen lebt. Ich glaube, da ist sehr viel Psychologisches drunter und es wird nur nicht zur Sprache gebracht, sondern es ist da als Thema und als eine Melodie sagen wir mal, die darunter läuft, aber sie hätte den ganzen Roman verschoben, wenn ich jetzt auf psychologische Beweggründe eingegangen wäre. Deshalb habe ich auch den Epilog, ich habe einen Epitaph geschrieben, auf Hodern, der ja psychologische Elemente enthält, wo dann gewisse Dinge werden psychologisiert, deshalb habe ich den rausgestrichen, obgleich ich sehr daran gehängt habe, denn es ist eine Schilderung von Hodern, die vielleicht wichtig gewesen wäre, dass man diesen Ausklang gefunden hätte, aber es passte dann nicht zum Stil, zur Form des Ganzen. Es gibt ja Kritiker, die der Ästhetik des Widerstands vorwerfen, die Unlebendigkeit, die Starre. Das kann natürlich sein, dass das ein Argument ist, welches sich darauf bezieht. Es gibt ja immer Kritiker natürlich, die etwas anderes suchen in einem Kunstwerk, als das, was drin ist, nicht die auch Picasso vorwerfen, warum hast du diese Figur jetzt in großen Flächen gemalt, warum hast du sie nicht gemalt, dass man wieder erkennt, wo nun die Nase und der Mund sitzt. Darauf kann man eigentlich gar nicht eingehen, sondern es ist eine ganz bestimmte Form wird hier vorausgesetzt und die Form hat sich aus dem Inhalt ergeben und diese Form wird ganz konsequent durchgeführt und entspricht meiner künstlerischen Auffassung und das ist eben die Form, die angeboten wird und derjenige, der sich damit auseinandersetzt, hat eigentlich von dieser Form auszugehen und nicht nach irgendwas anderem zu suchen, sondern es muss also diese Form untersucht werden und kritisiert werden, aber man kann nicht fragen, warum hast du nicht was anderes gemacht. Das Buch heißt ja Ästhetik des Widerstands Roman. Viele sind ja auch verblüfft gewesen, weil man nicht auch hätte sagen können, warum steht da nicht Traktat oder Roman d'essai wie anders oder sowas, also essayistischer Roman oder wie auch immer. Da sind drei Wörter drin, also Roman, Widerstand, Ästhetik, Widerstand ist klar, ist der Stoff, ist das Thema. Roman ist die Form. Ästhetik ist nun die Beschreibung der Form, ist das Gesetz der Form. Das ist ja manifest geworden in diesem Roman. Es wird ja nicht irgendwo ästhetisch gefachsimpelt da drin über eine bestimmte Ästhetik. Aber versuchen wir das mal oder ich möchte Sie bitten, es mal zu versuchen, diese Ästhetik zu beschreiben. Eine Ästhetik, die sich nicht befasst mit den traditionellen Begriffen der Ästhetik, nämlich der Lehre des Schönen, des Harmonischen, des Formvollendeten, des Abgeklärten, des Fertigen, des Vorbilds, sondern eine Ästhetik, die in sich alles enthält, was dem Kampf des Menschen entspricht, nämlich dem Kampf, sich zu einer höheren Bewusstseinsebene hin zu bewegen. Also es werden Menschen geschildert, die im politischen Kampf stehen, die aber diesen politischen Kampf als zu eng empfinden und diesen Kampf erweitern wollen und einsehen, dass zu diesem Kampf, dem politischen Kampf, dem Kampf über eine politische Erneuerung unbedingt gehören muss, die kulturelle Umwandlung, die Bereicherung des Menschen an kulturellen Gütern, wir müssen uns erobern, den Zugang zur Literatur, zur Kunst, zum Ausdruck, gleich welcher Form, gleichzeitig mit dem Weg zur politischen Organisation. Es ist der Widerspruch und die Vielfältigkeit dieses Widerstands wird dadurch hervorgehoben, dass zwei so entgegengesetzte Begriffe wie Widerstand, also ein revolutionäres, tatkräftiges Eingreifen und Ästhetik miteinander verflochten werden, Ästhetik, also Dinge, die sich im Kopf vollziehen und eigentlich auch wieder der Situation des Autors entsprechen, auf der einen Seite greift er ein, nimmt Teil an den politischen Ereignissen, auf der anderen Seite sitzt er grübelt, teilweise in Melancholie versunken und in Hoffnungslosigkeit versunken, aber er macht weiter, er sitzt, er macht seinen Kram, reflektiert, versucht irgendwas zu formulieren, die Situation des Künstlers und dann ständig die Möglichkeit, jeden Augenblick kann er raus und jeden Augenblick kann also die Alarmsirenen anfangen zu heulen, er muss was tun, diese Situation, unter der leben wir und als heute, als bewusste Künstler sind wir in dieser Situation völlig eingesponnen, darf ich das mal fortspinnen und wieder zurückkommen zur Psychologisierung, weil ich glaube, dass im Mangel an der Psychologisierung vielleicht für diese Ästhetik etwas Spezifisches drinsteckt, nämlich die Obsessionen, Sie sprachen eben vom Künstler, die ja, oder die Bedrängung, die Deformierung, wenn wir die Menschen in der Gesellschaft sehen, finden ja heute häufig Ausfluss auf den Couchen der Psychiater und das ist natürlich etwas riskant, was ich jetzt sage, aber ich glaube, dass es richtig ist, verhindern sozusagen in dem Individuum das Aufbauen eines Widerstands, indem nämlich das Widerstandspotenzial sozusagen durch Gespräch gelöst aus einem hinaus fließt und ist nicht gerade der Versuch, diesen Widerstand zu aktivieren gegen diese Psychologie ein essentieller Anteil dieser ganz spezifischen Ästhetik? Das ist bestimmt zutreffend, die dann, ich glaube, ich kann das gar nicht erweitern, so ist es eigentlich, das kann ich nur zustimmen. Ein anderer Punkt, Sie haben geschrieben in den Notizbüchern einmal, Kunst ist klassenlos, sie richtet sich an jeden, der sie aufzunehmen vermag. Wie war eigentlich der Erkenntnisprozess für Ihre persönliche politische Aktivität während dieser zehn Jahre Arbeit an diesem Buch? Denn es ist ja auch bei Ihnen mit Sicherheit durch die Arbeit eine Fortentwicklung in der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus gekommen. Ja, das ist wieder das Thema, was uns heute ständig angreift, wie weit wir für unsere Ideen einstehen können, was wir ständig sehen, was geschieht an sozialistischen Ideen, die deformiert werden, die verraten werden, die verloren gehen. Ist ein solcher Entwicklungsgang heute in der heutigen industrialisierten Welt überhaupt noch möglich? Ja, jetzt weiß ich genau, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich die Antwort Wort, auf was Sie vorher fragten, und zwar Sie sagten, dass mit einer klassenlosen Gesellschaft und ob es überhaupt Menschen gibt, die für so ein Thema zu gewinnen sind. Es ist ja doch so, ich glaube, dass es heute diese Klassenlosigkeit gibt, und zwar sind das Menschen, die im gewissen Sinne noch unter dem Begriff einer Utopie stehen, nämlich unter dem, was brecht, die Menschen des wissenschaftlichen Zeitalters genannt hat, dass dieses Buch sich wendet an Menschen, die teilweise noch utopisch sind, die aber überall im Keim zu finden sind, nämlich Menschen, die dieses wissenschaftliche Zeitalter in sich schon vorbereitet haben und nach den Begriffen dieses wissenschaftlichen Zeitalters leben. An diese Menschen wendet sich das Buch. Und das sind natürlich Vereinzelte, man kann noch nicht sagen, das wendet sich direkt an sozialistische Parteien oder an Kommunisten oder an irgendwelche Menschen, die auf irgendeine radikale politische Form in einer Organisation gebunden sind, sondern es wendet sich zunächst an Menschen, die einmal dahin gelangt sind, dass sie denken wollen und dass sie sich fortentwickeln und fortbilden wollen. Und bilden meine ich jetzt auch nicht in irgendeinem scholastischen Begriff, sondern als Bildung, überhaupt Bildung als Erkenntnis der Vorgänge in der Welt. Wie weit sind wir heute einsichtig geworden der Dinge, die auf anderen Erdteilen geschehen, wie weit nehmen wir daran teil, was haben wir für Möglichkeiten uns dafür einzusetzen, was haben wir, was für Kräfte sind da, die sich heute gegen die Gefahren sammeln und die etwas tun, gemeinsam tun, um diese Gefahren abzuwenden. An solche Menschen wendet sich das Buch in erster Linie, die eben dann auch jetzt im Rückblick auf die schon einmal vollzogenen Kämpfe während des Antifaschismus sich auf die heutige Situation besinnen und herausfinden, ja, im Grunde genommen, es sind noch dieselben Probleme in vieler Art da, sie haben sich natürlich weiter fortentwickelt, aber wir finden diese Problematik in den sozialistischen Ländern, wir finden sie in den kapitalistischen Ländern, wir finden sie überall, wo Herrschaftssysteme zum Dogmatismus ausarten, wo Herrschaftssysteme Gewalt anwenden gegen ihre eigenen Bevölkerungen, da sind diese Probleme da und diese Probleme müssen ständig bearbeitet werden und ich glaube, wenn man überhaupt von irgendeiner Art von Mission, Bücher haben ja keine Mission, aber wenn man von irgendeinem Sinn sprechen will, dann ist es wohl dieser grundlegende Gedanke, nicht, dass wir beim Gedenken dieser Zeiten und beim Gedenken dieser Menschen, die damals gekämpft haben, uns unsere Aufmerksamkeit den Menschen zuwenden, die heute immer noch und wieder kämpfen, um diese ganz großen Gefahren abzuwenden. Und da ist vielleicht eine Art von Parallele oder eine Art von Hinweis zu finden auf den Sinn dieses Buchs. Und auf den Sinn Ihrer Arbeit als Autor während dieser zehn Jahre? Während der zehn Jahre und weiterhin in den Jahren, die mir noch zur Verfügung stehen. Der Prozess läuft weiter und alle Arbeit, die man als Künstler leistet, ist ja ein einziger durchgehender Prozess. Man durchläuft Entwicklungsstadien, man gewinnt neue Einsichten, aber man kann nur eine einzige Linie vollziehen und was ich in den kommenden Jahren noch machen würde, wird sich im Wesentlichen nicht unterscheiden von dem, was ich bisher seit der Kindheit gemacht habe. Noch ein paar Fragen zur literarischen Kritik, zur Aufnahme der Kritik. Man hat Ihnen ja vorgeworfen, Sie hätten in den Notizbüchern maßlos über Ihre Kritiker hergezogen. Ich habe eigentlich nur zwei Notizen gefunden, eine bezieht sich da auf Herrn Rischbieter und die andere bezieht sich auf Karasek oder mal auf Radarzt. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie man auf Autoren seitens der Kritik eintrischt, ist sehr viel intensiver als die, wenn sich ein Autor mal äußert über das, was ihm geschieht. Das sind nur einige Kritiker, die sich nun persönlich getroffen fühlten und das wird dann natürlich sofort ungeheuer aufgebauscht. Ein Schriftsteller, der Angegriffene darf sich ja nicht zur Wehr setzen, das ist ja auch eine Sitte. Ja, der kommt von der Gruppe 47 vielleicht. War denn die Resonanz auf die Ästhetik des Widerstands jetzt beim dritten Band so, wie Sie erwartet haben, oder war sie günstiger? Viel günstiger. Ich hatte nach der Aufnahme des zweiten Bands kaum gehofft, mit einer so positiven Aufnahme zu rechnen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass sich viele nach dem dritten Band nochmal mit dem ganzen Werk auseinandersetzten und dann doch herausgefunden haben, dass es doch einige Qualitäten enthält. Und in der Beziehung finde ich, dass die Aufnahme sehr, sehr positiv bisher gelaufen ist. Das, was ich gelesen habe, eben mit wenigen Ausnahmen, hat das Buch sehr begrüßt und hat sich vor allen Dingen auch wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Und ich finde, das ist auch ein Positives an einem Buch, das einen so hineinzieht. Ich habe das selbst bei der Lektüre gemerkt, dass man sich eben auch weiter darüber hinaus mit dieser ganzen Problematik auseinandersetzen muss. Ja, und als ich ein Falle, zu dem Positivsten gehört ja tatsächlich, dass das Buch jetzt in der DDR erscheinen wird. In drei Bänden ungekürzt. In alle drei Bänden ungekürzt zusammen, jetzt zum Frühjahr 82, was also ein ganz großer Schritt ist, auch in der inneren Auseinandersetzung zwischen den verschiedenartigen Auffassungen, denn es wird ja hier ein Geschichtsbegriff vertreten, der keineswegs adäquat ist mit der Geschichtsschreibung in der DDR zum Beispiel. Und trotzdem wird also erkannt, dass hier Dinge zur Sprache gebracht werden, die auch wichtig sein könnten für ein sozialistisches Land. Das sehe ich einen sehr großen, offenen Fortschritt und Möglichkeit zu einer weiteren Zusammenarbeit, die sehr fruchtbar werden kann. Ja, denn da sind ja Positionen in der Ästhetik des Widerstands, die in der eigentlich in der Geschichtsschreibung und der DDR-Diskussion des Widerstands überhaupt nicht enthalten sind und auch befähdet werden. Ich habe vor kurzem in den Weimarer Beiträgen einen Beitrag gelesen über die Ästhetik des Widerstands. Darin schien mir schon so ein bisschen anzudeuten, dass da eine gewisse Aufweichung der Position stattfinden würde. Es gibt ja seit vielen Jahren, seitdem das Buch besteht, eine Gruppe von Intellektuellen, die sich sehr dafür eingesetzt haben und dass diese Freunde eben, dass es denen gelungen ist, doch tatsächlich die ideologische Diskussion so weit zu führen, dass man anerkennt, dass solche Gegenstimmen notwendig sind und im Grunde genommen ganz dem Prinzip des Marxismus entsprechen.